Peace Leute, Baskler! Ich bin's Kevin! Ich bin's Mario Bö! Erneut zurück mit einem Anomalie-Game und zwar... Halls Dreams, Leute! Es gibt einen normalen Modus und einen Albtraum-Modus. Wir machen erstmal einen normalen Modus. Einen normalen Modus? Genau, wird schon schwer genug, denke ich mal. Denken wir auch. Genau, Anomalie-Games feiern wir auf jeden Fall sehr. Wo man einen Fehler suchen muss und wenn es einen Fehler gibt, darf man nicht weitergehen oder muss reporten oder sonst was. Genau, wir sind ja voll im Trend gerade. Wir kommen ja wie aus dem Nichts. Daumen hoch für mehr Anomalie-Games. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Let's go! Okay, ganz normale Steuerung. Okay. Okay, ganz normal. Wir sind dran, wir sind dran. Okay. Oh, diesmal in der Wohnung. Sonst war das in einer ganz öffentlichen Einrichtung oder so. Okay, wir können nicht zurück. Okay. Das ist vielleicht die Standard. Wir ziehen unsere Pantoffeln aus. Neben uns erwartet uns eine liebliche Pflanze. Schöne Tulpe, schöne Tulpe. Zwei Boxen von Amazon sind gekommen. Wir machen das Licht an und aus. Das ist easy. Ich bin da drauf. Guck mal. Uns begrüßt links eine Waschmaschine, wie ich sehe. Waschmaschine ist am Start, ein Waschbecken. Daneben sind Mülleimer gebündelt. Was ist eigentlich der Sinn, dass ich in diesem Game auszumache? Vielleicht können wir die manchmal nicht an und aus machen. Okay, links eine Küche, rechts ein Badezimmer. Kann aufmachen. Okay. Fünf Klobald. Einer ist da. Gesteckt. Ah, da müssen wir auch immer reingucken. Ja. Messer liegt auf dem Brett. Messer. Eine Pfanne hängt da. Ein Messer. Schneidebrett. Kühlschrank. Zum Glück können wir den nicht öffnen. Zum Glück, wenn es anstrengt. Ja man. Wir können über links an und ausmachen. Alle Lichter gehen? Warte. Nee. Das im Flur oder nicht? Für was? Für den Raum. Für das Badezimmer. Achso. Kontrollieren wir mal. Genau. Guck mal das. Irgendwie passiert gar nichts bei dem linken Licht. Ich mach mal die Tür auf, was hier drin ist. Ah doch. Guck mal. Ah okay. Alle Lichter gehen anders aus. Oh, es gibt noch einen Raum. Okay. Oh, achso. Es ist ein Schlafraum. Okay. Da ist ein pinkes Flüchtier. Äh, lilanes. Mit einem Schreibtisch ganz normal. Geht. Fenster, Bett. Also das ist Schlafzimmer. Warte, du kannst Sachen da aufnehmen. Auf dem Tisch hinter dir. Oh. Oh. Okay. Okay, danke für staying at TrueDream. Achso, wir müssen dann zu Bett gehen. Okay. Checkout 9 Uhr. Bevor du ins Bett gehst, erkunde und merke dir alles. Okay. Bevor du ins Bett gehst, mach alle Lichter aus. Mhm. Und spiel mit meinem Jungen. Welcher Junge? Hat der einen Hund oder? Achso, wir haben eine Checklist sogar oben. Ah. Okay. Okay, bisschen anders als die anderen Games. Okay. Gucken wir da den Raum noch? Warte. Oh, wir können sogar auf Balkon? Oh. Okay, krass. In case emergency you can evacuate this neighborhood unit by breaking through here. Achso, man kann da durchbrechen in einem Notfall. Krass. Hier ist so ein Rohr, so eine Anlage. Äh, Klimaanlage. Also ein bisschen mehr ist hier auf jeden Fall, als jetzt die anderen. Genau. Geh nochmal den Raum. Okay, Kleiderschrank. Okay, zwei Räume, es geht. Ist eigentlich übersichtlich. Vier Bügel. Eins, zwei, drei, vier. Vier Bügel. Leute, ihr müsst mitmachen. Ihr müsst euch auch Sachen merken. Wir müssen das mit eurer Hilfe schaffen. Vater, Mutter, Kind. Ja. Vater, Bruder, Kind. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal die Checkliste, würde ich sagen. Lichter überall ausmachen. Achso. Und dann zu Bett gehen. Das ist das einzige, was wir machen müssen. Okay, alle Lichter jetzt aus, ne? Ja. Was ist denn so nach dem Motto? Okay, wir müssen das machen. So Checkliste. Ja, wir haben. Okay, wir hoffen. Wir haben uns alles gemerkt. Oh. Wie geht's nochmal? Noch ein Bad? Noch ein Bad. Mit Badewanne, okay. Läuft. Badewanne. Kleiner Hocker. Süßer Hocker. Was ist das denn, Alter? Wie tief muss man da sitzen? Was ist ein Kinderbad oder so? Ja, Mann. Okay, schon ein bisschen was, aber... Egal. Mach erstmal überall die Lichter aus. Und dann Penguin. Noch ein Licht. Wartezimmerlicht. Notizblock rausgeholt, stark. Am besten Licht machen wir auch mal Notizen. Überall auch. Ja, irgendein Badezimmerlicht fehlt noch. Achso. Ach, dann da wahrscheinlich. Da, ja. So, was wird das denn? Okay, jetzt ins Bett. Okay, Leute. Hier ist erster Tücher. Erster Nacht. Bam. Okay, wie viele Nächte müssen wir einwurfen? 1 Uhr. Und schuften. Ab in den Betrieb. Okay. Machen wir Zettel auf. Okay, es ist immer dunkel draußen. Okay, ich bin hier gefangen. Es ist immer nur eine Anomalie. Ja, eine, okay. Die Tür öffnet sich, wenn es 9 Uhr wird, okay. Wenn man keine Anomalie findet, nimm das Radio auf der anderen Seite. Achso, man kann Tipps bekommen durch das Radio. Das zeigt dann circa, wo, also einen kleinen Tipp, ergibt es ein, wo die Anomalie ist. Okay. Achso, dann wird sich die Zeit aber resetten auf 1 Uhr. Und wir müssen wahrscheinlich bis 6 Uhr oder so es schaffen. Also immer eine Stunde vergeht, denk ich mal. Na gut, also eher keine Hilfe in Anspruch nehmen, oder? Außer wir finden gar nicht an, auf wenigsten, wo der Fehler war. Ja. Äh, für die Gewisshetzung. Genau. Okay. Dann. Kamera. Achso. Oh, da stand was. Kann sein, dass wir ein Foto machen müssen. Von der Anomalie oder so. Mist. Ich hab die einfach genommen. Radio hab ich auch gerade genommen. Okay. Ach, du hast es. Jetzt zeigt es die Anomalie an. Das. Ah. Wie kann man das zurück? Achso. Egal. Jetzt müssen wir. Egal. Dann können wir mal gucken, was jetzt die Dings ist. Aber es ist ja nur so raus. Umso lauter das ist, umso näher sind wir. So warm und kalt, weißt du. Okay, wahrscheinlich in der Küche dann. Pfanne? Ist die umgedreht? War die nicht eben andersrum? Boah, das ist eine gute Pfanne. Ich bin gar nicht sicher. Das wäre hart. Das war ich jetzt gar nicht. Aber warte mal. Die ist ja auch noch am dritten. Ja. Das Geräusch geht weg. Heißt es da irgendwo? Hier. Ist genau hier. Oder das Messer? Ist das anders? Nee. Herz. Ich bin dann die Pfanne, oder? Andersrum, ne? Okay. Okay. Was jetzt? Jetzt Foto machen davon. Äh. Darüber rechts klicken. Oder gehen wir mal kurz. Ah. Genau. War richtig? Ja. Okay. Warte, warte, warte. Bis der Haken da ist. Okay. Ich finde Gesicht da unten. Wahrscheinlich richtig. Und jetzt schlafen gehen? Gucken wir mal. Wir haben aber Radio benutzt. 1 Uhr. Aber hier steht ja nicht nächste Station oder so. Also jetzt Next Level? Ja, weil wir Radio benutzt haben. Ah, okay. Haben wir eh verkackt. Dann resettet das immer auf 1. Ah, so hast du die Gewissheit, was war. Ah, okay. Genau. Okay, Radio nehmen wir nicht. Wir versuchen es jetzt so. Okay. Guck mal jetzt auf die Pfanne. Okay, die ist immer so. Hä? War eh falsch, was wir... Ja, war voll gut. Okay, mach nochmal vom Eingang. Genau, wir fahren von hier. Äh, Tulpe war da. Zwei Boxen. Sehr richtig aus. Waschmaschine. Wild. Badezimmer war am Start. Okay. Zack. Zuck. War die Waschmaschine eben, Mann? Macht ein bisschen Geräusche. Fällt schon auf gerade, ne? Guck mal noch weiter. Bis jetzt Waschmaschine. Ah ja, da waren 5 Dinger, ne? 5 Klo-Dinger. Mhm. Guck mal in dem Raum. Wieviel Bügel... Oh! Ich bin jetzt neugierig. Ich muss da lang. What the hell? Alter, ist da. Oh! Yo! Was ist das? Denkst du gepackt? Das war jetzt nicht gemein. Yo, Bruder. Was geht? Blau. Okay, mach Foto von dem Kreek. Ah ja. Das ist nicht falsch, Leute. Yo! Renn, Bruder, renn! Nein! Dumm, Alter! Das wäre das erste Level, Mann. Ja, Mann. Ich wusste nicht, dass mal gepackt werden kann. Belastet, Digga. Nein, das war easy Level. Das war Geschenk. Auf dem Geschenk. Geh nochmal in den Kleiderschrank. Guck nochmal. Achso. Ja, ja. Falls es das wiederholt wird. Ja, Mann. Dann wüssten wir... Okay, krass. Geschenk ist Level, Mann. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Mhm. Okay, Waschmaschine läuft normal. Kannst auch Licht anmachen überall eigentlich. Achso, ich kann echt Licht anmachen. Am Ende musst du es schon ausmachen. Ach, kannst du gar nicht. Achso. Geht gar nicht. Waren da zwei Duschdinger? Ja, ja. Also diese Gels, ja. Zwei Stück. Tulpen waren da auf jeden Fall. Hier waren drei. Achso. Waren nicht zwei da? Leute, zwei da drei Tulpen? Ganz ehrlich. Zwei Boxen auf jeden Fall? Ich weiß es gerade nicht. Aber Tulpen waren auf jeden Fall da. Ja. Die Geräusche sind normal, glaube ich. Ich gucke schon wieder. Okay. Gucken wir uns mal hier um. Ah, hier gab es ja noch eine. Ah ja, genau. Vorhang. Wir müssen auch ein bisschen mehr. Das war da auf jeden Fall. Klimaanlage. Oh, auch hier gucken wir nicht, dass da irgendwann einer steht. Ja, Mann. Können durch sich verhindern. Kann echt sein. Warte, guck mal auf dem Tisch. Auf dem Schreibtisch. Da lag irgendwas drauf, Leute, oder? Ich schwöre, da lag was drauf. Irgendwas. Ich glaube auch. Da, das Plüschtier lag da. Ja, doch, doch, doch. Mach Foto von dem Tisch. Foto, dann schlaf. Mach Foto von dem Tisch. Hä? Nö. Aber in keinem Zimmer kann man es verkackt, ne? Da muss doch. Aber haben wir es verkackt, oder? Dann ist egal. Da muss doch. Ah. Ne. Nein, nein, nein. Wieso ist da jetzt ein Smiley? Nicht der Stuhl. Das war das Plüschtier. Warum kann man kein Foto dafür machen? Nicht, dass die jetzt denken, den Stuhl. Ach so. Mach das weg, nochmal nicht zu. Kann man das weg machen? Ja. Ah, Haken weg. Aber das ist kein Haken. Also der T-Shirt hat nicht zugeschrieben, ne? Da war ein Plüschtier. Okay. Wir lassen erstmal. Oh. Zählt das nicht dazu. Äh. War jetzt ganz schwierig. Auszuschließen. Eigentlich ist das Plüschtier. Aber wir können kein Foto davon machen. Warte. Gehen wir zum Messer? Wie ist das? Warte. Normal aus. Oh shit. Belastend. Was ist mit dem Koffer da unten? Ah, die Familie da angucken. Mhm. Oh, der Vater winkt. Okay. Guck mal unten der Koffer. War der eben da? Glaub schon. Da ist ein Ball. Da sind Bücher. Und ein Uhr. Aber ich glaube es ist dann immer so, ne? Naja, eigentlich ist das Plüschtier. Denkst du die Zeigeruhr kann auch mal eine andere Zeit haben? Ja. Aber ist auch ein Uhr. Taschentische sind hier. Wenn jetzt nichts ist, kann man einfach ins Bett gehen? Ich glaube es ist immer was. Ja, dann geh einfach. Hast du ein Foto? Achso. Man muss. Okay. Man muss was capturen. Ah gut. Weil noch nichts erfasst. Man muss was erfassen. Sollen wir da in den Stuhl machen? Auch wenn es eigentlich falsch ist. Vielleicht war der ja da drauf. Ja. Aber das jetzt in der Nähe war einfach. Ja. Warte. Wir nehmen das jetzt einfach. Jetzt ist Plüschtier da. Warte, wo ist das? Das ist das. Hey, das war ein Bug? Guck mal, ob du da ein Foto machen kannst. Jetzt mal. Hä? Mach mal ein Foto. Ich verarsche uns. Aber komm, man kann es machen, wenn es weg war. Ich habe es nicht gemacht, aber... Leute, das war ja eigentlich vom Spiel jetzt schwach, ne? Null Nummer. Oder das muss weg sein. Geh mal jetzt schlafen. Mach ein Foto von dem Plüschtier. Ach so. Oh, ja. Oh, das muss weg sein. Stimmt. Warte, dann wissen wir es. Jetzt ist es weg. Okay. Nein, nur aber. Es ist weg, aber. Es ist weg. Versuch nochmal ein Foto davon zu machen. Hä? Das zählt dann irgendwie nicht dazu, aber... Hä? Komisch, ne? Wir wurden geprinzt. Und so lang gezogen, halt. Trockner, wie welche Trockner halt, ne? Okay. Messer ist da vorne. Guck mal, Toiletten-Dinger. Ja, was? Bügel sind vier. Irgendwie kuschelt hier zählt anscheinend nicht. Waren da immer drei Dinger unter dem Fernseher drin? Ja. Okay. Koffer, Müll. Bücher links. Guck mal, ob da einer steht. Kannst du die Tür aufmachen? Drei Tulpen. Drei Tulpen. Drei Tulpen. Zeig die Toilettenpapiere da. Fünf Stück. Eigentlich sieht alles gut aus sogar. Also... Hä? Was war da oben? Also... Man kann auch die Türen zu machen, ne? Eigentlich ist das Plüsch, du. Eigentlich ist das Plüsch, du. Das Spiel heißt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wir können das kontrollieren, indem wir jetzt das Radio nehmen. Genau. Nimm mal Radio. Ich weiß jetzt wissen, ey. Es geht weg. Es war gerade immer beim Radio. Geht es zum Radio? Irgendwo da. Oh! Shit! Ach, der Bandert, der Bruder. Ach, wir müssen den suchen, oder was? Machen wir ein Foto? Ist ja dann auch sehr einfach, ne? Okay, krass. Ich hab da nicht reingeguckt. Aber jetzt kapieren wir, wir müssen den suchen. Ja. So in Alarmonik. Also wenn der weg ist, müssen wir den suchen, glaube ich. Das ist wie suchen und verstecken, Leute. Ja. Okay, Foto gemacht, ne? Ja. Aber... LOL. Okay, das war wichtig auch jetzt für die Gewissheit. Ja. Und spielt die Outlast Trials erstmal Whistleblower? Glaub ich, das kam danach, ne? Ja. Dann entweder Outlast Trials oder Outlast 2. Müssen die Reihenfolge noch gucken. Falls Dreams heißt das Game. Okay, ist der Bruder weg? Ja. Okay, der Bruder ist weg. Guckt Müll alles an, wo der sein könnte. Der Bray. Ich weiß ja wenigstens, wohin es mit uns geht hier, ne? Mhm. Klingt nach der Decke, ey. Okay. Genau, suchen den Bruder erstmal. Geschäft. Der irgendwo hängt. Bruder ist... Müll. Müll. Okay. Ah shit. Uhr ist sehr laut. Lassen wir mal, wenn der andere dran ist. Ticken. Okay, guck mal raus. Vielleicht ist der da irgendwo. Wege über, ne? Nachbarschaft. Ja, Mann. Ganz witzig. Okay. Ja. Guck mal beim Bett. Diese Taschentücher, waren die schon immer da? Sehr verdächtig die Taschentücher. Ja. Warum liegen die da? Warum liegen die da? Statement. Einmal Statement bitte vom Spielcharakter. Gucken wir mal, ob man die Decken an. Nicht, dass der oben irgendwo hängt. Aber er ist weg. Ich glaube, er versteckt sich irgendwo. Digga, der ist einfach weg. Kann man noch Sachen öffnen? Ja. Man kann es ja nicht ducken. Äh. Soweit erstmal nicht. Komisch. Da war noch ein Fenster. Guck mal da aus. Oh ja. Okay, komisch. Krass. Dann ist diesmal nicht der dann. Achso, dann... Den muss er dann nicht beachten. Ähm. Kann man dann auch irgendwie dem Spiel sagen, hey, der ist nirgendwo. Geht nicht. Der muss irgendwo sein, ne? Ja. Wissen wir mal. Oder jetzt irgendeine Anomalie finden. Guck mal unter dem Fernseher, wie viele Sachen da waren. Stimmt. Drei Sachen. Wir müssen alles checken. Die Taschentücher weiß ich nicht. Waren die da die ganze Zeit schon? Doch waren die. Das habe ich beachtet. Okay. Hm. Ja, eben war ja hier was ganz anderes, ne? Hier in dem Raum. Das heißt, es geht nicht nur um den Flüschtier. Ja. Fünf Klorollen. Stimmt. Zeit mal die Klorolle an dem Dings. Okay. Küche, Pfanne. Sieht alles aus wie eben, oder? Sehr clean aus. Leute, was ist anders? Unnormal. Kann man sich stoppen? Oh, clean man. Motherf*****, Alter. Aber es muss irgendwas geben. Achso, man kann sich sogar ducken. Auf C. Okay. Ich wollte sowieso auf vier Akku. Achso, vielleicht sind wir unter irgendwas. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Der hätte ja sagen können. Ja. Okay, komisch. Wo bist du? Was ist mit der Uhr? Was hat die eben angezeigt? Ein Uhr? Ach, die bewegt sich sogar. Stand nicht irgendwas, wenn es bis sechs Uhr ist, dann hat man verkackt oder so? Guck mal hier. Hier ist das ganze Zeit eine Uhr und da ist dauerhaft eine Uhr. Die bewegt sich gar nicht. Ja, warte. Wenn jetzt der Zeiger auf zwölf geht. Ja. Gucken wir mal, was sich das ändert. Da stand irgendwas mit einer Uhr auch. War im Bart nicht was lilanes. Wir gucken gleich nochmal. Okay, es passiert doch nichts. Okay, die bleibt immer eine Uhr haben wir. Unter den Rollen. Bart, guck mal im Bart. Unter den Rollen. Oh. Der Bruder hat recht. Stark. Digga. Stark. Was ist das? Oh, der ist da ganz mini. Finde Larry oder was? Finde Larry. Julia ist stark, Bruder. Julia. Du hast unsere erste, erste Level, glaube ich, hier gemacht. Stark. Komm, schon zwei Uhr jetzt so los. Also, jetzt ist er ja da. Let's go. Zwei Uhr zum ersten Mal. Julia. Du es geht raus, Bruder. Du es geht raus. Zusammen schaffen wir das, Freunde. Stark. Wenn der hier ist, dann geht es um was anderes? Dann ist es gegangen, geht es um was anderes. Ah, okay. Dann geht es um die Wurst. Um die Wurst, Alf. Ich glaube, es fällt einem direkt auf, wenn irgendetwas anderes ist. Geh mal ein Kleiderschrank. Ja, geh nicht so kreuzig. Mach immer mit System ein bisschen. Nicht so kreuzig. Okay. Ich will nur kurz die offensichtlich. Weil das sind so Räume, die sind so leer. Das würde hier sofort auffallen. Okay. Clean, clean. Oh, warte. Mir fällt direkt was auf. Die Bücher sind weg. Da ist Anne. Okay, dachte ich jetzt auch. Okay. Müll. Müll, Uhr. Taschentische sind da. Wild, wild, wild. Der Bray ist am Start. Wir haben auch einmal ein Foto von Räume gemacht und im Schlafgang ist nichts passiert. Ja. Geht sie mal zur Uhr? Ging die gerade rückwärts? Geh mal zur Uhr, geht die rückwärts? Oh. Ich dachte, die läuft rückwärts. Es ist immer das, was für ein Level gerade ist. Okay, okay, okay. Also die Uhr ist gar nicht relevant. Ja. Er müsste was auffallen. Er hat 5 Chlorollen. Wie hieß sie? Das ist normal, das ist die Tür außen. Ja, ist egal. Okay, die Blumen. Drei Tulpen. Zwei Kisten sind da. Sind noch zwei Kisten da? Ja. Okay. Gehen wir an das eine Bart am Anfang? Da ist was. Nee. Das war ein Duschkopf. Okay. Ist alles clean? Oder macht das Sinn, dass da ein Duschkopf ist? Äh, boah. War der immer da? Als ob da ein Duschkopf ist, Leute. Das ist ein bisschen komisch. Also jetzt, ganz objektiv ist das Schwachsinn. Warum ist da ein Duschkopf? Da ist keine Dusche. Aber ich frage mich, war der vorher da? Ich glaube schon. Ja, war er da? Okay. Oh mein Gott! Okay. Sicher? Ja. Okay, Haare waschen vielleicht. Dann läuft es halt anders. Ja, eher so Haare waschen. So im Sitzen. Was ist mit der Waschmaschine? Hier könnte locker was drin sein. Achso, hier so. Ja, sieht so leer aus da. Weiß nicht. Aber es war nicht viel, ne? Boah, wir müssen irgendwas finden. Irgendwas ist anders. Was ist das? Ja, was ist das? Geben wir da ein Sandrabad? Dann das Sandrabad? Keine Ahnung. Guck mal nach oben. Okay. Hier so ein Creep. Das ist krass. Boah. Was ist mit dem Bild? Das war korrekt. Der Typ blinkt. Der Typ blinkt. Der Typ blinkt. Und die beiden haben die Hände einfach festgehalten. Boah, was anders. Das ist schwer. Warte. Geh nochmal zurück. Guck mal auf das andere Fenster. Oh. Und das Bett nochmal. Okay. Wir könnten locker so einen Zombie da drunter machen. Boah, grad voll schwierig. Grad sehr schwer. Vier kleine Bügel. Die waren richtig. Sieht zu clean aus, ne? Der Raum sieht so clean aus. Oh, clean man. Versuch mal schlafen zu gehen. Ohne was gemacht zu haben. Okay, man muss irgendwas finden. Es muss was finden. Warte, der Stuhl. Ah ne. Es sah gerade aus, als wäre der weiter nach rechts gerückt. Irgendwas muss anders sein. Irgendwas muss verändert worden sein. Irgendeine Kleinigkeit. Es muss doch noch was geben. So wäre das Wasser jetzt so roh gepackt. Ja, oder der Hocker andere Farbe oder so. Ganz anders. Was mit dem Feuermelder? War die die ganze Zeit da? Absaugungshaube. Da oben? Ah ne, ist gar kein Feuermelder. Das Licht. Boah, schwer. Was? Sehr schwer gerade. Oder irgendein Spielzeug unter dem Tisch anders? Kann das sein? Die Reihenfolge stimmt auch. Der Ball war immer da, ne? Links die Bücher. Aber dieses eine Fach, genau das Fach frei? Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alles so normal ist. Ja. War da schon immer ein zweiter Lichtschalter? Wo? Vielleicht zu viele Mülltonnen? Drei Mülltonnen? Drei Mülltonnen waren. Wo meint der Lichtschalter? Zu viele Lichtschalter? Ja, wo meinst du mit Lichtschalter? Eins, zwei. Warte. Warte. Der ist für? Flur hier vorne. Flur. Badezimmer. Oh. Da sind echt viele. Oh. Aber. Zwei Bäder, einer Flur, einer ist zu viel, oder? Hier war Bart. Ich glaube, der ist zu viel, ne? Oder ganz links der. Die Frage ist, welcher ist falsch? Der ganz links. Das ist jetzt schwierig. Leute, welcher ist falsch? Der ist jetzt fürs Bart. Links oder rechts? Weil der andere wäre random, ne? Ah. Und ganz links auch ein bisschen random, oder? Oder ist der für Flur, ne? Nee, der war für den Flur. Ich glaube nicht. Okay, Flur. Warte, guck mal beim ersten Bart, wo da das Licht ist. Links vom Bart, ne? Ja. Dann wäre das hier auch links vom Bart. Dann ist das hier, glaube ich, random. Der rechts ist random? Der, ne? Oder? Also welcher ist falsch? Nur reinschreiben, welcher falsch ist. Mal guck hier. Hier ist links von dem Bart. Das Licht. Ja. Hier ist auch. Eigentlich links von dem Bart. Das ist ein bisschen random. Das wäre vielleicht Flur. Und was ist das dann? Das ist dann falsch, oder? Der ist halt maximal random, ne? Die beiden links waren schon, ja. Dann der rechte falsch. Okay. Wollen wir es durchziehen, oder? Komm. Und rein da. Wir gehen schlafen und jetzt müsste er 3.80 Uhr entschaffen. Weißt du. Drückt ihn auf. Ja, Mann. Stark. Sehr stark. Wer hat das gesagt? Sehr stark. Sehr stark. Sehr stark. Oh, Kurdi. Stark. Kurdi. Stabil. Sehr, sehr stark. Sehr aufmerksam. Okay, weiter geht's. Okay, der ist da. Das heißt wieder eine Anomalie. Fangen wir mal hier hinten an. Wenn ein Creep steht. Kein Creep hier. Wenn da irgendein Kopf ist. Hier ist nichts. Spielzeuge sind gut. Ja, Mann. Spielzeuge am Start. Müll ist gut. Bild, der Bruder winkt. Kleiderschrank. Das sind 4 Dinger. Kein Creepy Monster. 4 Bügel. Ja. Okay. Kann er das Fenster noch checken? Kann er gucken. Alles gut. Alles gut. Taschentücher sind da. Kühlschrank macht Geräusche. Oh. Ganz leicht. Hat er nie gemacht, glaube ich. Bin ich gar nicht sicher, Alter. Aber. Also sind so leichte. Aber wenn es jetzt noch was offensichtigeres gibt. Genau, genau, genau. Also gehen wir erstmal. Check jetzt nochmal die Lichtschalter ab. Ah ja, jetzt ist. Ah ja, der ist weg. Krass. Der war echt random. Krass. Okay. 5 Rollen. Eine ist dran. Ja. Hier. Easy. Sauber. Ist alles gut. Alles gut. Müll 3. 3 Mülls. Waschmaschine läuft. Ja. Pantafel, Tulpen. 2 Kisten. 2 Kisten. Sieht gut aus. Ich muss doch hier irgendwas. Ja Mann, da drin. Oh, das Wasser ist schwarz. Oh, easy. Mach Foto, mach Foto. Leute, easy. Nice. Stark. Wow. Wow, wow. Schnell, schnell, schnell. Zum Bett. Man kann gepackt werden, Leute. Schnell, schnell, schnell. Hier schlafen, Bro. Und 4 Uhr. Let's gooo. Nice. Jetzt macht das Gerwig's Bock, weil man das komplett versteht auch. Ja Mann. Okay. Hier ist nie ein Creep. Ich wette, hier wird noch ein Creep stehen. Ja Mann, irgendwas wird da passieren. Oh, die Stange ist schief. Oh, ja Mann, easy. Mach Foto, mach Foto. Schnell. Let's go. Schnell ins Bett. Probier ich sterben. Start. Wie viel Uhr geht das Game? Ich weiß gar nicht. Let's gooo. Nice. Let's go. Easy. Ich glaube, das ist das erste Anomalie-Game, das es gab, Alter. Ja. Okay, nice. Flüchtier ist am Start. Heißt, es geht nicht an das Flüchtier. Ja Mann. Sieht gut aus. Taschentücher ist am Stüssel. Spieltag sieht auch gut aus. Mann. Da war's nix. Bild gleich noch checken. Die Stange ist wieder am Start. Alles normal. Ich schicke noch das Bild ab. Der Vater winkt. Kinder, Mutter. Bis 9 Uhr. Okay, okay, okay. Wie viel Uhr haben wir? Fünf? Ja, da unten ist Steckdose. Ne, doch, doch. Die hab ich eben gesehen. Ah, hast du gar nicht drauf geachtet. Genau. Wie viel Uhr hatten wir? Fünf? Fünf Uhr jetzt, genau. Okay, das heißt noch vier Mal. Messer ist normal. Ja. Drei. Oh, Alter. Oh, Blut. Pass auf, passiert vielleicht was. Es läuft über. Guck schnell hin. Okay, schnell. Schnell schlafen. Alter, easy. Easy. Jetzt spricht wieder die Erfahrung für sich. Weil wir kennen ja diese Art. Und 6 Uhr. Mann, das läuft. Drei Levels, let's go. Let's go. Flüchti ist da, ne? Mhm. Okay. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Müll ist nix. Bild. Auch gut aus. Sehr gut. Flüchti ist da. In dem Raum ist wieder nix. Messerpfanne. Messerpfanne, alles gut. Drei Mülls. Was schmeckt, ist normal. Ja. Tulten sind drei. Oh, Alter. Flüchti ist da. Pantoffeln. Zwei Boxen. Zwei Kisten. Okay. Dem Bart geht's gut. All good, all good. Gut aus. Okay, andere Bart. Alter. Stream like nicht vergessen. Ja, es sind 6. Mach Foto von dem Müll. Ach, warte. Mach das weg, mach das weg. Von der oberen musst du. Stimmt. Oh, ist der Einzelne. Ja, alles ein Einzelt. Warte, wo hab ich gemacht? Hier, hier. Mach das weg. Ganz oben das war noch krass. Boah, sie sind ja detailliert. Schon ganz aufgeachtet. Gut, dass du darauf geachtet hast. Okay, okay, komm. Auf die Häkchen, ne? 7 Uhr. Ist da los, Leute? Easy. Easy. Das wird der 1. Easy. Easy. Man steht hier endlich im Creep, ey. Der Nachbarschaft geht's gut. Plüschi ist da. 4 Bügels. Sieht gut aus der Raum. Clean, clean, clean. Raum ist auf jeden Fall. Wow, clean, man. Motherf***er. Oder das Clean auf jeden Fall. Einfach Küche im Flur, Alter. Baumwild. Drei Tulpen. Zwei Kisten. Schlappen. War immer ne Abstand zwischen diesem Waschmaschine und dem Ding daneben. Das Waschbecken. Oh. War da immer schon Abstand? Sieht schon nah aus irgendwie. Was ist da, dieser Abstand? Wir gucken mal nach einem klaren Hinweis. Okay. Der Raum ist sauber. So. Okay. Der Raum ist auch sauber. Ja, das Level ist schwer. Das wird schwer. Guck mal, ob du ein Foto überhaupt von dem Abstand machen kannst. Okay, nein, nein, nein. Ganz gut. Genau. Wenn dann die Waschmaschine steht, die weiter rechts. Kann das möglich sein? Ist schon frei sieht das gerade aus. Ja. Warte. Da würde man glaube ich eher vor der Waschmaschine eins machen müssen. Ja. Steht die weiter rechts? Oder kommen das nur so vor? Gegenüber von der Wand? Das wäre sehr läppig. Ja. Laps. Ja. Guck nochmal andere Sachen an. Vielleicht doch nochmal in dem Anfangsraum. Lichtschalter. Ja. Lichtschalter. Guck nochmal. Lichtschalter. Sehr schwierig. Guck dich nochmal. Ja. Guck dich nochmal. Bei der Tür ist was? Waschmaschine normal? Tür, 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 Tür. Bei welcher Tür? Normal. Jetzt checken wir nochmal die Eingangstür ab. Mit den Augen? Yo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo. Alter. Wer creept da rum, Junge? Geh schnell ins Bett, aber. Geh schnell. Geh schnell. Oh Gott. C, C, C. Boah. Alter. Bis jetzt da reinkommt, Alter. Alter. Stark, stark, stark. Komm schon, komm schon, komm schon. Yo. Level up. Let's go. Man merkt aber schon Aufwechslung, weil das war eigentlich schon anvollziehend. Ja, Mann. Begitt euch stark. Stark, stark. Nicht Radio nehmen, Bruder. Sonst ist alles resettet. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott. Mach direkt ein Foto, Junge. Direkt. Oh mein Gott. Geh jetzt. Look over. 5? Der will Verstecken spielen. 5? Ja. Versuch zu schlafen. Versuch zu schlafen. Okay, der will Verstecken spielen. Guck den an. Guck den an. Du musst dich verstecken. Oh mein Gott. Ich kann dich sehen. Ja. Digga, sag mir nicht. Nein, du hättest die Vorhänge zuziehen müssen. Damit er mich nicht sieht, ne? Ja. Digga, ich war nicht auf das Game. Nein. Das ist ja eine ganz andere Funktion gewesen. Da war ich gleich noch vorbereitet. Oh shit. Egal. Es ist easy, es ist easy. Komm. Abwechseln. Ich mach kurz speedrun, Leute. Kurz speedrun. Aber jetzt kontrollieren wir das. Kurz speedrun. Stimmt. Vorhänge zu, Mann. Okay, hier alles clean. Sollen wir machen dir jetzt einmal doch nicht, ne? Ja. Alles clean hier. Es ist easy. Drei Mülls. Drei Tulpen. Drei Tulpen. Pantoffeln. Keiner creept hier. Alles gut, alles gut. Direkt sauber im Raum. Warte, warte. Warte, warte. Toilette ist doch offen. Die ist offen. Die ist offen. Flohdeckel, Bro. Oh, schnell schlafen geht. Oh mein Gott. Digga. Okay, man muss doch. Irgendwann will der mit deinem spielen, Bruder. Ich schwör's dir. Das muss man mitbeachten. Das ist ja tief, das Game. Ja, Mann. Ich hab's mir ausgebaut. Müll, Uhr, Geld. Vier Bügel. Tolpen am Start. Pantoffeln. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Easy. Hä? Einfach da oben, Bruder. Jetzt gibt's die Schnalze. Let's go. Easy. Drei Uhr. Okay, ab acht Uhr will er mit deinem zocken, Alter. Wir hätten es fast geschafft. Ja, Mann. Wir waren vom Ende. Okay. Der Bruder lebt. Bruder bringt. Vier Bügel. Pfanne? Ist die weiter links? Ist die so ganz nach links? Nein, nein, nein. Ich glaub nicht. Aber ich frag mich, war die einmal schief? Die kommt mir grad so gerade vor. Aber die war da immer. Irgendwas kommt mir gerade anders mit der Pfanne vor. Pfanne war da falsch. Das bin ich mir schon sehr sicher. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Was ist mit der Pfanne? Ist da irgendwas anders? Ich find die ist irgendwie jetzt gerade. Was ist weiter links? Ich glaub die müssen immer links. Das ist jetzt alles gleich aber. Die Pfanne war eigentlich okay. Was ist anders? Äh, Bild angeguckt? Was ist damit? Was ist damit? Was ist damit? War das denn? Kann man gar nicht schauen. Was ist damit? Lichtschalter? Alle da? Okay, was ist anders? Ich schwörs, wie der Raum so clean ist das. Ja. Aber es muss ja was sein. Geh mal in ein Bett. Das ist alles sehr clean. Was ist das? Aktuell kommt mir das alles zu? Wow! Clean man! Motherf*****! Was ist das anders, Bruder? Irgendwie die Pfanne kommt mir anders vor. Ich sag die war sogar schief. Die ist jetzt gerade. Die war aber immer links. Mach mal. Mach die Pfanne. Soll ich die machen? Mach die Pfanne. Wir haben wie viel Uhr? Wir haben viel Uhr. Kann man uns verkraften noch? Drei Uhr, zwei Levels geschafft. Kann man noch verkraften. Ich sag gleich mal. Das ist ja nichts. Ich kann keinen Niederschlag hier verkraften. Was damit, Bruder? Das geht gar nicht. Boah. Alter. Also die Pfanne kommt mir ein bisschen sass vor. Ah, er sagt Pfanne ist gleich? Ein bisschen sass, Bruder. Pfanne gleich? Nein, die Pfanne ist glaube ich. Ist glaube ich. Er sagt. Die meisten sagen, die war immer links. Er meinte, er ist glaube ich. Dann sind die Pfanne oder irgendwo sind wieder Augen oder so. Oder so kleine. Gern. Wieder guck mal da. Hoch, runter, überall. Ist alles gut. Was ist hier mit? Hat sich hier was verändert? Nein. Kann man den Fernseher machen? Komm, wir gehen auf die Pfanne. Das ist sonst nichts. Ich schwöre sonst die Pfanne. Die ist so richtig, sagen alle. Die ist echt. Echt? Ja. Irgendwas muss anders sein. Das meiste ist auch immer so. Oder ist das ein anderes Messer? Das war mal so schief. Das war ein full Edelstock. Auch wie ich das herausfinde, das ist sehr schwierig. Wir hatten keine Ahnung. Hier sind die andersrum auf einmal oder so. Schwarz-Weiß. Könnte auch sein. Kann ich nicht sagen. Radio? Dann resettet aber alles. Aber dann wissen wir wenigstens den Fehler. Ich finde man vielleicht nicht Radio hat's. Du lernst an draußen. Was hat bei anderen Aluminium Games gefehlt? Dann resettet aber alles. Das ist mir echt wert. Wasserhahn fehlt? Oh shit. Was? Oh mein Gott. Stark, Bruder. Mocke. Mocke stark. Stark. So was haben wir jetzt gebraucht, Bruder. Besser als Radio. Oh mein Gott. Achtet manchmal auf die einfachsten Sachen nicht. Dass einfach Wasser anfällt. Die Basics. Ich schwör. Okay. Nice. Back im Game Leute. Plüschtee ist hier. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Müll ist am Start. Bild ist alles gut. Vier Bügel. Alles easy. Und steril aus. Taschentücher sind auch da. Kühlschrank. Wasserhahn ist am Start. Messer, Pfanne. Klopapier. Alles gut. Alles gut. Klodeckel ist zu. Wasserhahn ist wieder da. Die Tulpen sind hier. Ganz easy. Ganz easy. Easy. Okay. Wir sind gleich wieder da. Wo wir aufgehört haben. 5 Uhr. Let's go. Draußen alles sehr clean. Taschentücher ist am Stüssel. Boah. Jo. Bruder. Was machst du denn da? Oh shit. Wollt er schon spielen? Oh shit. Ich gehe ganz schnell schlafen. Bruder. Er dreht durch jetzt schon lange. Er dreht durch. Er dreht durch. Okay. Wir sind bei 6. Let's go. Warte. Ich habe gerade irgendwas gehört. Das waren meine Schritte. Okay. Alles easy. Oh. Plüschtil ist weg. Okay. Plüschtil ist weg. Er ist irgendwo. Das Plüschen ist mir so. Er ist versteckt. So eine geile Abwechslung. Ich hoffe, er will nicht jetzt schon spielen. Geh hoch. Wir müssen alles abchecken, wo er ist. Ich werde das Wett gucken auf C. Wo bist du, kleiner Mann? Auf den Klo. Ist der Bruder auf Toilette? Oh, ab dich. Haben wir dich mein Lieber. Der Bruder. Der will echt verstecken spielen, der Bruder. Der meint es ernst. Mhm. Let's go. Nice, nice. Okay, Plüschtil ist da. Alles gut. Der creep nicht rum diesmal. Okay, nach dem Level wird es ernst. Dann ist wieder 8 Uhr. Dann will der Bruder wieder spielen. Stimmt, auf dem Zettel stand ja das Spiel mit meinem Freund. Ist das der Freund? Kühlschrank, Messer, Pfanne, Wasser alles da. Oh, shit. Boah, auf Creep die Tür ist offen. Und eine Hand, ey. Dick zugemacht. Ganz schnell weg. Ganz schnell schlafen. Das ist ein Creep, ey. Mit Tür offen, Bruder. Ich könnte so mal nie wieder schlafen. Jetzt. 8 Uhr. Genau da war es. Das war unser Maximum. Oh, kein Verstecken. Eben war der draußen, dann wollte er Verstecken spielen. Hier war der eben. Weißt du noch? Ja. Bis jetzt will er nicht Verstecken spielen. Mal sehen, ob er in der Versteckrunde von ihm kommt. Bleib da, wo du bist, Bruder. Nächste, bleib da, ruhig dich nicht. Guck mal ein Bild. Alles gut. Oma kann sogar. Kleiderschrank, easy. Vier Bügel. Der Raum, alles gut. Gut, Taschentüche sind da. Sehr clean aus. Ja, ja, ja. Okay, wir müssen aufpassen jetzt. Nicht, dass er rumcreept. Mhm, mhm. Sieht sauber aus. Alles gut aus. Alles gleich bis jetzt. Toten 3. Hier ist nicht auf. Pantoffeln, zwei Boxen. Wie sieht es hier aus? Auch sehr gut. Alles unverändert. Sehr clean. Okay. Wir müssen auf jeden Fall die Türen auflassen, falls er gleich Verstecken spielen will. Damit wir schnell sind, ne? Als ob wir jetzt keinen Fehler gefunden haben. Okay, es ist jetzt wieder irgendwas Simples. Mhm. Was ist hier? Hat sich die Reihenfolge geändert? Warte, ganz kurz nachdenken. Ne, ist normal. Ach, der Ball war da? War nicht da das aus? 208% da. Okay, 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 okay. Sehr schweres Level gerade, Leute. Ja. Es geht jetzt Level 9. Wir sind bei 8. Das ist so ein schwieriges Level. Was mit dem Schlauch? War der immer gebogen? Ja, ne? Geh mal hinterm Schlauch gucken. Das war so eine Lücke. Das ist die Klima. Geh mal ganz in die Ecke. Meinst du hier? Da rechts. Achso. War der immer gebogen, Alter? Ich glaube schon. Lichtschalter. Oh, stimmt. Wo? Schalter. 1, 2. Ja, doch, doch, doch. Nur links vom Bad, ne? Sieht gut aus. Irgendwas Simples wieder. Was hier mit dem Auto? So simpel, dass man da nicht drauf achtet. Genau, das ist wie Projekt 18. Nur, dass man auch ab und zu mal ein Frühstück suchen muss, wenn das weg ist. Aber das ist gerade da. Kann sein, dass das sogar einer der ersten Anomalie-Games ist. Ach, war das sogar vor Projekt 18? Ich glaube schon. Das haben wir irgendwie verpennt. Oh, krass. Oh, Schlüsselloch. Ich hab schon gedacht, die haben es nicht mehr ausgebaut. Die Projekt 13 war ja relativ neu jetzt. Ja, bei der Badewanne. Bei der Badewanne? Bei der Badewanne? Da war nur ein Duschkopf, ne? Clean, clean, clean. Wie clean aus. Hä? Hä? Das hab ich eben auch gesehen. Das ist normal. Das hab ich auch gesehen. Okay. Wir müssen mal auf die Seifen achten. Links ist dunkelgrau, rechts hellgrau. Ja. War das so? Mitmerken Leute. Glaubt schon. Okay. Also alles wirklich sehr clean. Es ist irgendwas kleines wieder. Irgendeine Kleinigkeit wie Wasserhand fehlt oder so. Wo wir jetzt gerade ein bisschen betriebsblind sind. Das ist sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Genau. Hier sieht das so. Bruder. Es ist immer die letzten Level. Was mit dem Koffer? Nee. Boah, irgendwas Simples. Was mit der Uhr. Die kann es sogar auch sein. Nein, Level 8. 8 Uhr. Stimmt. Hier bist du sicher die Reihenfolge? 100% das weiß ich wirklich. Okay, okay, okay. Guck dich mal. Eben war ja hier. Vielleicht guckt der auch wieder irgendwo. Aber war der dann hier weg? Als der da war? Ich glaub der war sogar da. Was mit dem Rohr? Boah, diesen Schlauch weiß ich nicht. Was mit dem Rohr, Bruder? War das gebogen? Nein, schon, oder? Save the guy. Das Level ist so schwer, wir kriegen ja langsam Anfall. Das letzte Level eigentlich. Oh mein Gott! Letzter Level. Alles clean. Eigentlich schon, aber irgendwas fehlt. Sehr clean aus. Was für ein Buch? Die? Als ob da jetzt eins fehlt, oder? Nee, warte mal. So ein Pack. Macht es Sinn, ihr abzuzählen? Vier Stück? Hm. 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 Boah. Selbst hier kann man so, hier könnte Knopf fehlen einfach. Eigentlich alles, was man Foto machen kann, kann es sein, ne? Der Teppich. Teppich? Oh. Warte mal wo. Oh, ist der kleiner? Oh. War der nicht eben größer, oder so? Der ist schon auffällig klein, ne? Boah. Das Ding ist, man weiß es nicht, wenn du da nicht drauf geachtet hast. Marienteppich? Oder der Boden? Boah. Der Teppich kommt mir gerade sehr klein vor. Was ist jetzt? Das kann sogar sein. Ich bin gar nicht sicher. Der war viereckig. Der war viereckig. Sicher? Oder Kurdi, ja. Der war ja auch viereckig, oder? Du bist sicher? Also wegen der Größe jetzt. Mach den Teppich. Okay, wenn nicht stimmt, Permabann. Kurdi? Okay, okay, okay. Ganz sicher. Kurdi, wir glauben dir. Alter. Wenn nicht, Perma? Bist du bereit? Gewahren zu werden. Nee, ja. Teppich normal, oh shit. Aussage, Aussage, Aussage. Oh shit. Digga, du hast vielleicht gerade einen Pfot vom Tisch gemacht. Nee, es ist Zeit, glaube ich, ein Teppich. Guck, wenn es so weg geht. Jetzt das letzte Level. Ruhig, ruhig, ruhig. Wir müssen ganz genau überlegen. Einer meinte ist aber doch Teppich. Zwei meinte Teppich hier. Leute, können wir euch trauen. Jetzt Teppich. Ist eingeloggt. Okay, ist eingeloggt, Leute. Teppich normal schreibt wieder jetzt einer. Oh shit. Itachi schreibt Teppich normal. Fabrice hat auch geschrieben normal. Eigentlich könntet ihr einfach zurückgehen, dann wisst ihr es. Genau. Statt jetzt hier auf uns spekulieren. Ihr müsst das doppelchecken, Leute. Genau. Also wenn ihr Aussagen macht, macht am besten den Stream zurück. Mach den Teppich. Um eure Aussage auch zu verifizieren. Der Teppich ist normal. Okay. Beide sagen, oh nein, nicht Teppich. Ihr hättet uns unser Derben geschickt, Digga. Nicht der Teppich. Ich mach jetzt mal weg. Keine Aussage machen, wenn ihr nicht ins Team zurück gemacht habt und geguckt habt. Hab nachgeguckt. Oh shit. Wer nachguckt, gewinnt. Nicht spekulieren, Leute. Sonst scheißen wir rein. Hm. Was mit Schlüsselloch? Jetzt so. Ein glückliches Loch. Wahrscheinlich creept irgendwo einer, oder? Denkst du? Eben war der, das flüchtet ja auch draußen am Creepen. So auf einer Kammer, ne? Ja. Das wär natürlich krass. Müssen wir alles nochmal abchecken. Auf gedruckten Modus. Es ist der Teppich, der ist normalerweise karriert. Boah Leute, ich glaub mit dem Teppich ist was. Guck doch mal einer nach, Alter. Also guckt der nicht perfekt nach? Hier sind Wellenmuster und der ist relativ klein. Leute, check das ab. Ah nein, der Teppich ist gleich, Digga. Sollen wir damit anfangen? Wir sollen durcheinander. Teppich. Boah, ich glaub auch, es ist so, also es kann eigentlich nichts sein außer sowas. Oder das Rohr ist schief oder sowas. Aber was ist schief? Dann muss es, glaub ich, der Teppich, aber nie richtig drauf geachtet. Boah, ich glaub, ich würd den Teppich sogar nehmen, Alter. Ich glaub, ich würd den nehmen. Alles normal, hab geguckt. Es muss irgendeinen Fehler geben. Teppich 100%, okay, okay, okay. Teppich ist eingebaut. Okay, 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 komm. Wir glauben euch, Teppich ist kariert. Wir gucken jetzt. Oh shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja! Stark, Cody stark. Okay, der ist ziemlich aufmerksam. Stark, Bruder. Jetzt kein Zweifel. Oh, mein Teppich. Danke für True Dream. Er hat noch nicht genug gespielt. Ich freue mich auf den nächsten Besuch, sagt er. Aber Level 9 läuft der jetzt noch, ne? Er hat gesagt, der hat noch nicht genug gespielt. Jetzt kriegen wir die volle Packung. Ist hier irgendwie hell? Ach, ist hell geworden. Oh! Oh, wie schön. Nice. Jetzt sehen wir mal Menschen hier. Genau, wir haben zwar jetzt nicht mit dem Bruder gespielt. Aber wir dürfen gehen anscheinend. Hau rein, Bruder, ne? Wir checken nochmal alles ab, ob hier irgendwas komisch ist. Leute, ich glaub, wir dürfen gehen. Endlich. Die Nachts vorbei. Dann geht die Tür jetzt wahrscheinlich auf, ne? Wir dürfen endlich gehen. Oh, mein Gott. Freiheit! Raus, Bruder. Nice. Oh, wild. Okay, diesmal wollte er nicht mit uns spielen. Aber davor wollte er verstecken spielen. Einfach hat er uns gepackt. Crazy, Leute. Das war ein Anomalie-Game wieder. Ja, also dauerhaft mehr Anomalie-Games. Genau. Es ist auch wieder ein neues draußen, hab ich gesehen. Also die hören nicht auf gerade. Das ist wild. Auf jeden Fall. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keinem Video zu verpassen. Wenn ihr wollt, checkt noch gerne unseren Merch. Wir würden uns sehr freuen. Link in der Beschreibung. Gönnt euch was Nices, Leute. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace!